...Bank und Heiß, aus der Kassel-Stadtreiß. Da steht noch mehr was. Alles Gute, das war's hier. Aus Heierheiß. Jetzt nur die Ruhe bewandt. Aber Christoph war es einer, wenn der vorne fällt, dann kann er das auch. Wenn jeder was weiß, dann kann er nur noch vorne fahren. Danke. Echtruf. Inreißen, das ist Neumeier. Vorgehens, auf drei. Das ist Thomas Huse, auf vier. Dieter von Neubel, vor Daniel Körbach. Lala, dann Schmidt. Auf drei jetzt Thomas Huse. Auf drei dieser Pfannehäufel. Auf vier, Daniel Kramer. Dann Gerd Robben. Und dann Enkel. Der hier in Führung ist vor Thomas Huse. Jane Kramer. Hinterpfannehäufel, Gerd Robben. Frank Enkel. Dann Carsten West. Das Hinterrad ist sehr los unterwegs. Das wird nicht mehr funktionieren. Der wird auch gleich sein Fahrzeug abstellen müssen. Letzte Runde. Und Thomas Huse. Und Thomas Huse. Und Thomas Huse. Wie gesagt, dem Fahrrad ist es eigentlich egal. Ob sie konzipiert oder nicht. Sie wollen einfach fahren. Und wenn sie fahren, dann wollen sie gewinnen. So sieht es aus. Wunderbar. In dem Fall. Schau mal her. Thomas Huse. Ganz aber. Der Robben. Der Robben. Der Robben. Der Robben.